Und willkommen zurück beim Tarrenkonflikt. Wir sind in Trantor, um aufzutanken. Aber ich glaube, wir sollten nochmal drüben andocken, um unsere Raketen loszuwerden. So, das ist das Südtor. Da müssen wir in eine ganz andere Richtung fliegen, und zwar nach da. Genau, M2-Versorger. Und während wir da schnell rüberfliegen, werde ich schnell... Ich habe mir eine Kommentare geschrieben. Ich soll dem Springer hier... Da muss meine Tigerklaue hin. Da ist sie! Kommando, Kommandokonsole. SR und D... Soll ich mehr... Sprungzellen geben? Äh, wo sind die? Moment... Haben wir gleich. Eingehende Nachricht. Rettungsdienst... Sprungentfernung zum Heimatsektor, ist klar. Wo hast du deine Energiezellen? Da, Sprungertriebseinstellungen. 300 hat er. Wo? Dann gehen wir mal auf 500. Kommando akzeptiert. So, jetzt muss ich aber mal gucken. Eingehende Nachricht. Ah, der hat mir halt genug Fracht. Alles klar. So, eingehende Nachricht. Mistral Superfracht da. Wolkenmase Südost. Eingehende Nachricht. Ach ja, richtig. Das sind die. Eingehende Nachricht. Du bist in Atlathlas Hügel angekommen, weil du dort kaufen möchtest. Energieplasmawerfer haben wir genug, aber Entschütterungsimpulsgeneratoren. Erschütterungsimpulsgenerator. Und damit kommst du mal bitte zu... Hallo? Zurück. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So. So. Jetzt muss ich mal schauen. Werft Energielager. Da müssen noch eigentlich zwei, genau hier, Mistral Superfracht und Mistral, im Anflug sein. Gut. Klappt. Auf die Wartek nämlich schon. Die werden zerlegt. So, und hier docke ich jetzt mal an. Andockvorgang erfolgreich. Willkommen zu Hause an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Banshee-Rakete. Disruptor-Rakete. Transferiert. Erweiterte Satelliten. Notsignal von grüne Schuppe. Ich komme gleich. Flammgelenkter Gefechtskopf. Trans- Flammenschwert-Rakete. Transferiert. Gewittersturm- Hammerhai-Rakete. Hummel-Rakete. Transferiert. Ionen-Pulsgenerator. Transferiert. Genau, die wollte ich ja noch irgendjemandem geben. Kampfdrohnen haben wir genug. Die Mantis-Rakete. Transferiert. Moskito-Rakete. Transferiert. Poltergeister sind meine. Sprungbojen und Traktorstrahl. Dann füllen wir das Ganze mit Energiezellen auf. Energiezellen. Transferiert. Und gucken mal, was in grüne Schuppe los ist. Ach, das ist wieder von dem Xenon-Sektor da unten. Oder auch nicht. Hast du hier eine Piratenbasis? Oder spawnen die einfach so? Eingehende Nachricht. Guck, Kristallfracht da. Undock-Erlaubnis erteilt. Kristalle transferiert. Undock-Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So, let's go. Ich werde mal in grüne Schuppe vorbei. Schauen. Nordtor. Und die Piratenflase. Das Problem ist. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Ich iniziere Sprung. Erreiche System grüne Schuppe. Und dann werde ich mich mal um die Frachter kümmern, die in Wolkenmaßes Südost ausgerüstet werden wollen. Damit ich, äh... Wie sieht's eigentlich aus momentan in Aldrin? Oh, Quattro in Antigone. Okay. Nichts blinkt. Pirat, Skorpion, Verteidiger. Aber ich habe noch ein paar andere, ähm... Stationen, die gelb blinken. Und da werde ich mich jetzt mal drum kümmern. Guten Morgen. Oh. Du wolle Rose kaufen? Aufgeschaltet. Die Flamen des Vorsitzenden. Frachtraum enthält nun Flammenschwertrakete. Frachtraum enthält eingehende Nachricht. Nein, das Licht hat uns verlassen. So, erstens. Eingehende Nachricht. Frachtraum enthält nun ferngelenkter Gefechtskopf. So. Fracht. Da muss ich mal gucken, was ich da noch aufgenommen habe. Nicht, dass der Raumsprit bei ist. Vesperakete hat er aufgenommen. Okay. Gut. Kampftender. So. Du bekommst... Du hast acht Schilde? Du hast nur sechs? 25 MJ Schild. Transferiert. Cluster Flackartillerie. Transferiert. Erschütterungsimpulsgenerator. Transferiert. Genau. Polschralle-Mütter sind deine. Moskitos sind deine. Okay. So. Was macht der Kampftender jetzt? Achtung! Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Ewige Predigt. Ewige Predigt. Ich werde euch was predigen hier. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50, 50%, 60, 70, 80, 90. Das war mein erster. Mein allererster Universumshändler. Erreiche System. Ewige Predigt. Junge, das gibt Ärger. Falke. Der war's. Okay. Ich verrate dir mal was, Kumpel. Du kriegst keine Chance auszusteigen. Also, du steigst jetzt aus. Erweiterter Satellit. Ausgeworfen. So. Pirat Falke. Eingehende Nachricht. Eingehende Nachricht. Kristalle. Transferiert. So, warte mal. Ich hab noch Zeit. Da kann ich den schnell noch zurückschicken. Undockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So. Ist der Pilot wenigstens ausgestiegen? Ach so, der war ja noch Vanilla. Der hat ja gar keinen Piloten drin. Ah, da bin ich vom West-Zach schneller gewesen. Ah, wie die sich jetzt da alle um die Piraten versammeln. Hahaha. So. Trantor. Trantor werft. Demontageauftrag. Mistral. Und der Mistral-Superfrachter. Und der Mistral-Superfrachter. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Nein! Frachter-Francene. Flansch der Rakete. So. Im Namen des Vorsitzenden CEO. Das Teladi-Unternehmen ist für ihre rechtzeitige Hilfe bei der Rettung von großem Profit dankbar. Als Belohnung erhalten sie 1000 Credits. Das Teladi-Unternehmen saß ich leider nicht in der Lage, den eigenen Sektor zu schützen. Aber wir haben Geld, was sie in Zacht kommen. Frachtraum enthält nun ferngelenkter Gefechtskopf. Toll. Ich habe einen Fernkopfmann an Bord. Das heißt, den werde ich jetzt erstmal abgeben. Sprungantrieb wird geladen. 10% eingehende Nachricht. Oh, ich habe ja gar keine mehr hier. Ja, da werde ich eine Weile warten müssen. Erreiche System. Herrons Nebel. So. Wolkenbase Südost haben wir gesagt. Da. Triebwerks-Tub-Boost-Erweiterung Installiert Handelscomputer-Erweiterung Handelskampfsoftware Kampfsoftware MK2 Installiert Navigationssoftware MK1 Spezialsoftware MK1 Triebwerks-Tub-Boost-Erweiterung Installiert Die hat er schon. Okay, Nummer 1 Lade-Raum-Ruder-Opt-Triebwerks-Tuning Installiert Boost-Erweiterung Handelscomputer-Handelssoftware MK-Kampfsoftware MK2 Navigationssoftware MK-Spezialsoftware Und Nummer 3 Quatsch, Handel Lade-Raum-Erweiterung Triebwerks-Tuning Boost-Erweiterung Handelscomputer Handelskampfsoftware Kampfsoftware MK2 Navigationssoftware Spezial So, Kommando Kommando-Konsole Rundruf Rundruf Dockt bitte an Undockerlaubnis erteilt Kommando akzeptiert Sie sprechen mit dem Automatis Gibt es etwas, warum Schön, dass Sie vorbei Übertrage Jetzt die Daten 5,5 Millionen Für eine Split-Geschützt-Turm-Fabrik Da werde ich ganz schnell mal einen Blick werfen Split-Geschützt-Turm Da 1,1 Millionen Du willst 5,5 Millionen Nehmen wir Gut Freie Argon-Handelsstation Wir wollen eine Geschützt-Turm-Fabrik Die kaufen Für einen Wissen wir Im Namen unseres Präsidenten und Senators Fühlen wir uns geehrt Sie an Bord willkommen zu heißen Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt Kommando Kommando-Konsole Navigation Springe mal nach Station Rundgasmacht Familie Tücker Zürzmacht-Bereich Rundgasprüfung Familie Rü Und Betrug des Patriarchen Bitte beachten Sie Dass der Konsum von Rundgasmacht An Bord dieser Station illegal ist Haben wir irgendwas denn hier ist? Nö Also einmal Rundgasmacht Andockerlaubnis erteilt Kommando akzeptiert Bauen Sie eine Station mit aktiviertem Leitsystem Und ich brauche immer noch 13.000 Kristalle So Jetzt wollte ich mal was gucken Und zwar Ganz unten Hatte ich irgendwo Warte Die finde ich wahrscheinlich hierüber besser Gelb blinkende Stationen Ein eiliges Relikt Genau Und die haben keine Schiffe in Besitz Da fliegt noch keins rum Ich möchte dem ein Schiff zuordnen Und zwar werde ich dort diesen Versorger einsetzen Den ihr gesagt habt Was ihr im Discord geschrieben habt Dass der hier dafür sorgt Dass die Satelliten hergestellt werden Genau Da kauft nämlich keiner was So Das heißt Ich werde hier Der Das Pilotenlager Kommando Konsole Da Keine Schiffe verfügbar Ach so richtig Eingehende Nachricht Pilotenlager Erweiterte Optionen Warenaustausch Ich muss ja meinen Fernkaufmann So rüber gehen Die Firma Egosoft Passagier Transferiert Eingehende Nachricht Da sind meine drei Mistral Superfrachter So Eingehende Nachricht Transporter Handelssoftware Handelssoftware Mk3 Installer Transporter Handel Handelssoftware Mk3 Transporter Mist Ich dachte Das wäre noch Der vierte Da gab es noch Den vierten Mann Na gut Heimat des Lichts Terracorp Gelandete Schiffe Drei Kommando Kommando Konsole Grundruf an alle drei Schiffe Dockt mal bitte an In Heinrichs Nebel Andockerlaubnis erteilt Kommando akzeptiert Genau Wie viele Schiffe haben wir hier? Einen Mistral Haben wir Einen kleinen Ich warte mal Bis die großen Schiffe kommen Mit denen kann ich nämlich Mehr anfangen Den hier lasse ich erst mal Auf Standby Gut Nächster Punkt Auf der Liste Abgehakt So Wobei Ich kann den kleinen Als Handelsbesorger Da unten nach Ewige Predigt bringen Oder ich schicke Na 50.000 Ne Ich schicke den kleinen hin Ähm Hast du schon jemanden an Bord? Nein Pilotenlager Du hast Fernkaufmann und Frachtbooten Zettel Frachtbooten und Fernkaufmann Okay Dann nehme ich einen Frachtbooten So Hahaha Docke mal bitte an Und kauf dir mal Keiner Giebzellen Verhältnis erteilt Kommando akzeptiert Gut So Ich wollte jetzt doch mal gucken Oh Ah da kommt er ja schon Notsignal von Argon Prime Argon Prime Ja Die sind außerhalb der Ekliptik gespawnt Oder Wobei ich seltsam finden würde Wenn die in Argon Prime Ne Dingspawn Das fängt ja da draußen rum Okay Der ist aber ziemlich weit weg vom Kurs Erreiche System Argon Prime So Guten Morgen Freunde Warte mal Wo fliegt ihr denn hin? Sieht ihr das wo die hinfliegen? Freunde Habt ihr da draußen was gebaut? Pirat Basta Da oben ist noch einer Da oben ist noch einer Oh Ich komm zu nah Die haben da oben Hat gebaut Guckt euch das an Die haben noch ein Ziel Pirat Discoverer Frachter Karuna Presse L Beta Ist zu weit weg Freunde Pirat Oder fliegt ihr hier nur aus Langeweile rum Jetzt bin ich zu nah Jetzt bin ich zu nah Jetzt ist es auch egal Mal Ziel aufgeschaltet Erweiterter Satellit Ausgeworfen Habt noch mal Ziel ist nun Im Namen unseres Bestes Eingehende Nachricht Moment Pirat Basta So Jetzt können wir uns unterhalten Basta Hat er ein Lied Wart gefunden? Nö Aurora Rakete Rapier Rakete Das ist ein Astronaut Aber Basta Basta Ein Basta Schiffssteuerung Transferiert So Diesmal fliege ich die Stücke weiter weg Damit ich nicht wieder mit den Heckflossen Eingehende Nachricht Das Ding zerpflücke So Zuerst die eingehende Nachrichten Orca Handel Du kaufst eine Geschützturmfabrik Geschützturmfabrik Gekauft Genau Kommando Kommando Konsum Navigation Eingehende Nachricht Gehst damit mal zu Position Wolkenbasis Warte dort auf mich Kommando akzeptiert Und Otas Energieversorger Und Otas Energieversorger Energiezellen Locker an Nein halt Ähm Andockerlaubnis erteilt Kommando akzeptiert Mistral Ja richtig Handel mal bitte mit Energiezellen Oh sind die teuer Energiezellen Kommando Kommando Konsole Navigation Springe und fliege zur Station Das war doch ewige Predigt Ne Gott wie hieß die Station Eingehende Nachricht Eingehende Nachricht Heiliges Relikt Ist das die Ja Kommando 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 Konsole Eingehende Nachricht Navigation Springe und fliege zu Ja genau Springe und fliege zu Heiliges Relikt Ähm Satelliten Undockerlaubnis erteilt Kommando akzeptiert So Das sind die drei Superfrachter Okay Signal von Danas Chance Schon wieder eher Bei Tiger Klaue ist weg War Fliegt zu Sektor Hartig was glaube Springt aber nicht nach Danas Chance Freundchen Da muss ich noch Irgendwas einstellen Rettungsdienst Ja Sprungentfernung 10 Sektor mit Waffenstützpunkten Nach nur Sichere Einsätze Also ich schätze mal Dass das kleine Schifft Ein sicherer Einsatz ist Was meint er Buster und Elite Ist ein sicherer Einsatz Für den 7 Eingehende Nachricht Eigene Nachricht Orca Ja Gut Dann werde ich den Als erstes machen Aber Vorher Kampfdrohne Mark 2 Transferiert Zielprojektionserweiterung Transferiert Entfernt Kampfdrohne Bergungscrew Bereit So Mach ich dir jetzt Erstmal Warte mal Fehlt da bei mir Schon wieder ein Komma 97% Hülle Aufweia Das Ding fällt Ja fast auseinander Haben die die jetzt Kaputt gemacht Oder eingesammelt Kaputt gemacht Schiff ist repariert Entfernt So Könntet ihr jetzt bitte mal nach Hause kommen Sind sie Kampfdrohne Mark 2 Transferiert Zielprojektionserweiterung Transferiert Danke Ähm Dann werde ich nämlich dasselbe mal bei mir machen Kampfdrohne Bergungscrew Bereit Kommando 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 Und Navigation Docke mal bitte an An der Schiffswehr Undock erlaubnis erteilt Kommando akzeptiert So Und ihr repariert mich schnell Gut Sollte er nicht lange dauern Naja wobei Sollte nicht lange dauern Ich glaube das dauert lange genug Dass ich das offscreen mache Sprich Sprich Ich sage jetzt Danke fürs zuschauen Und wir sehen uns Sobald die fertig sind In der morgigen Folge wieder Und bis dahin Macht's gut Genießt den Tag Und vor allem See you later Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal